Servus zusammen, ich habe es gestern Abend am Mittwochabend nicht mehr geschafft. Es ist Donnerstagmorgen, 12. Januar. Es ist sehr, sehr früh. Aber wie gesagt, ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft, deswegen wollte ich den Film möglichst schnell hier reinstellen, über den DAX. Das sind sensationelle Wochen. Nach wie vor, es gibt diese Theorie, ist die ersten, zweite Woche sind die gut im DAX, dann wird das Jahr gut. Ich beteilige mich nicht an sowas. Das weiß ich nicht. Ist nicht mein Ding. Kann sein, muss nicht. Also darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen. Aber was der DAX hier abzieht, das ist sensationell. Und mir geht es in diesem Clip um diese blaue Linie hier. Die da. Und zwar deshalb, da sind wir so rund bei 15.000. Wir haben die in der Vergangenheit, das ist jetzt hier der Mai 21, oftmals mit dir gespielt. Hier schon wieder, da nochmal. Hier waren wir drunter und wieder dran. Aufgesetzt, aufgesetzt. Drangelaufen von unten. Das ist schon eine sehr wichtige Linie. Und ich wollte euch nur zeigen, wo die herkommt. Gehen wir es mal eins nach dem anderen durch. Die Bänder gehen nach wie vor auf. Der Markt bleibt von den Bändern her. Er hat das obere gebrochen. Ist er noch positiv? Ich muss erst warten, um Short gehen zu können, müsste ich warten, bis das hier dreht. Das ist die erste Aussage. Wir sind positiv über das MACD. Wir sind heftigst überkauft über die Stochastik. Aber das werde ich in solchen Fällen als eher Trend bestätigen. Wenn wir mal dieses Teilstück hier nehmen, ich gehe da jetzt mal ran. Also wir sind hier, wir waren schon überkauft, sind einmal ganz kurz runter. Mir geht es jetzt nur um diesen Zeitraum hier. Da sind wir, wenn ich es richtig anlege, hier. 13.450 und bis das erste Verkaufssignal kommt, das ist hier, sind wir bei 14.450, rund 1000 Punkte. Also deswegen lasst euch von sowas hier nicht ins Boxhorn jagen. Das werden wir gleich in den kürzeren Zeiteinheiten auch nochmal sehen. Das ist hoch, ja, aber nur weil es hoch ist, heißt es nicht, dass der Markt fällt. Also ich warne davor, hier kurzfristig da reinzufixen. Ich habe das auch probiert. Hier so im Bereich 14.800. Das war, war das hier? Ne, da, da war das. Das habe ich dann relativ schnell räumütig zugemacht im Index. Wir sind an dieser blauen Linie, 15.000. Das ist also nicht nur eine psychologische Linie, sondern wir eben gerade bewiesen, eine sehr oft gehandelte Unterstützungs- und Widerstandslinie. Der nächste Punkt danach von den FIBOs wäre erst das 76er bei 12.256. Das ist nicht viel, das sind nur 250 Punkte. Aber dann kommen wir auch in einen Bereich rein, der es hart umkämpft. Die Message soll sein, ich glaube nicht, dass wir von hier aus nennenswert weiter nach oben gehen. Spätestens hier kriegt er mal eine Pause, die er frischt. Und man muss davon ausgehen, dass er jetzt ja jeden Tag auch einfach mal ein bisschen wieder Luft holt. Ja, Richtung 20-Tage-Linie. Da sind wir im Moment hier bei 14.216. Damit muss man immer rechnen. Das kann relativ schnell passieren. Da muss nur eine Aussage kommen von der FED, von der EZB, von was weiß ich wem. Und dann wird sich jeder wundern, ach, siehst du, das war doch viel zu hoch. Kenne ich, haben wir oft genug gesehen. Ich möchte euch eigentlich auch darauf aufmerksam machen, und zwar mit dieser Liste hier. Aber das sucht euer Heil nicht in meinem Index. Das waren die Werte, die ich besprochen hatte bei meinem Jahresanfang-Video. Der DAX ist 7,5% gestiegen. Der MDAX 11. Ich bevorzuge den MDAX gegenüber den DAX aufs ganze Jahr bezogen. Ich glaube, der MDAX wird besser machen. Gestern waren es sogar mal diese ganzen Immobilienwerte. Die mag ich nicht so, gebe ich ehrlich zu, wie ich nichts mehr zu tun habe. Aber die haben dem MDAX heftig geholfen. Ein Luster ist plus 9%. Die Fraport plus 25%. Seit, nochmal, seit 1.1., also sprich seit 2.1. Eine Adidas 17, eine Bayer 14, eine VW 10, eine A-Core 16. Ein vermeintlich langweiliger Wert. Aber die haben alle den DAX outperformed. Deswegen, die Message soll sein, versteift euch nicht nur so sehr auf den Index. Geht auch mal in die Einzelwerte. Die machen oftmals viel mehr Spaß. Ein momentan sehr gut funktionierender Indikator ist, dass 52 Wochen hoch. So langweilig das klingt. Aber das ist immer ein guter, oder meistens ein sehr gutes Signal. Also schaut auf so Sachen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das hier irgendwie rausfindet, ich möchte es nicht sagen, die Perlen. Ich will mir jetzt auch hier nicht da selbst auf die Schulter klopfen. Aber das stand auf dem Chart. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann müsst ihr nächste Woche zum Seminar kommen. Das ist Samstag und Sonntag. Also ich finde, wir kommen jetzt hier in einen Bereich rein, zwischen 15.000 und 15.250. Ich gehe den definitiv nicht mehr long. Aber zum Short gehen habe ich kein Signal. Weder über das MACD, noch über die Stochastik, noch über den Chart, noch über die Bänder. Der kann hier nochmal reinlaufen. Also nicht das Pulver zu früh verschießen, das wird nichts. Ich habe für sowas jetzt mal folgende Scheine rausgesucht. Die Calls habe ich besonders weit weg bewegt. Die Calls habe ich weit weg ausgesucht. Wir haben hier 13.973, da sind wir hier. Hier ist für mich momentan kein Kauf. Auch der bei 14.153, der unter der 20-Tage-Linie liegt, ist kein Kauf. Diese beiden kommen jetzt hier nur auf die Watchlist bei mir. Da müsst ihr euch jetzt mal den Film anhalten und die Kennenummern rausschreiben. Für den Fall, dass wir das machen, was ich eigentlich erwarte auf Sicht der nächsten 10 Handelstage, dass wir irgendwo hier reintauchen und dann mal Luft ablassen. Kommen die auf die Watchlist. Aufpassen, weil die halt jeden Tag ihre Basis leicht verändern. Die Calls nach oben, die Putz nach unten. Interessanter momentan für mich, deswegen habe ich da auch einen höheren Hebel genommen, sind eher die Putz. Ein 15.518er, da liege ich hinter diesem 76er Retracement von Fibonacci. Da liege ich, kriege ich das hier oben auch noch rein. Ja genau, hier 15.518. Sobald ich hier ein Verkaufssignal habe, und wir gehen gleich nochmal in die Stunde und vier Stunden rein, kommt mir der hier rein. Das ist im Moment ein 27er Hebel. Und wem das zu heiß ist, gibt es noch einen 15.800er, der liegt hier oben. Hat im Moment einen 18er Hebel. Jetzt gucken wir mal rein, wann man diese Verkaufssignale eher erwarten kann. Das ist der 4-Stunden-Chart. Wie eine Schlange geht das Ding hier oben. Es ist immer überkauft. Das sind fiese, kleine Fehlsignale. Kurz mal drunter, kurz mal drunter, sofort wieder hoch. Das ist schon hoch und auch über einen längeren Zeitraum. Der Aufwärtstrend ist klar definiert. Ja, also rein von den Linien, die man ziehen kann. Hier kommt die blaue Linie ins Spiel. 15.000. Und hier ist nach wie vor die 15.256. Sobald der freundiert, deutlicher, also nicht nur da. Und das ist das Problem der 4-Stunden-Technik. Das zieht sich halt dann. Dann kommt das Signal, wird bestätigt. Aber der Markt ist vielleicht schon 200 Punkte gefallen. Und dann erst kommt das Signal. Aber dafür haben wir ja gleich die Stunde, wo man das ein bisschen feintunen kann. Sobald das hier runter geht, ist diese Bewegung erstmal kurzfristig beendet. Und sollte dann korrigieren. Eben so Richtung 20-Tage-Linie hier unten irgendwo. Gehen wir mal auf die Stunde. Ist genauso. Zum Zerreißen gespannt. Also ich glaube, es dauert nicht mehr lange und wir atmen. Nicht mehr lange heißt wahrscheinlich die nächsten 20 Handelstunden. So könnte ich mir das vorstellen. Ich glaube nicht, dass in dieser Woche Friday gleich High Day ist. Das glaube ich nicht. Aber auch hier. Das ist noch in Ordnung. Überkauft. Alles in Ordnung. Bänder gehen nicht auf. Bänder gehen so wie es sein soll nach oben. Hier ist die blaue Linie. Hier ist der Widerstand. Also ab dem Bereich 15.100 bis 200 kann man mit Putz auf jeden Fall anfangen. Und welchen ihr dann nehmt, das könnt ihr euch dann hier aussuchen. Je nachdem, wie mutig ihr seid. Aber es ist noch nicht so weit. Also der kann, heute Morgen soll der angeblich, ich habe jetzt hier 3.30 Uhr, soll der angeblich sein bei 14.980. Ja, da gebe ich nicht so viel drauf. Kann sein, muss nicht, weiß ich nicht. Mir fehlt ein Verkaufssignal, was ich habe. Ich habe aber auch angefangen Putz zu kaufen, allerdings nur 25% dessen, was ich machen will. Und ich habe mich entschieden für einen, ich glaube, das war nicht der, das war aber auch ein 15.360er, sowas. Der liegt also hier ein bisschen drüber. Aber ganz gemächlich. In der Zwischenzeit habe ich diese Aktien, die ich hier beschrieben habe, das habe ich ja alles über Optionen gemacht. Zum Beispiel Bayer, das war eine Verzehnfachung. Ja, ich glaube sogar jetzt eine Verelffachung. Die habe ich nicht komplett mitgenommen. Ich war bei einer Verfünffachung und habe gesagt, oh danke, das machen wir. Aber ich habe die jetzt alle hier schon, ich habe nur noch kleinst Tick Kiten. Ja, einfach nur, um noch dabei zu sein. Aber ich habe die auch schon raus. Ich danke dem Herrn für die ersten zwei Wochen oder fast die ersten zwei Wochen. Das war cool, das war gut. Das wird nicht so weitergehen. Aber nochmal der Hinweis, sucht euer Heil nicht nur im DAX. Die Einzelwerte, der DAX hat viele schöne Töchter und Söhne. Da ruhig mal reinschauen. Und da muss man halt ein bisschen Mühe reingeben, nicht nur auf Analysen hören von Banken, die längerfristig sind als das, was ich mache. Sondern man kann das mit diesen technischen Methoden, die ich mache, auch relativ gut selbst fein justieren. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich wünsche euch auch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.